Servus und Willkommen zurück zu Neues vom Klagantendommer. Wie angekündigt, heute ist ein Bäckchen für mich gekommen. Die Planen für meinen Kramer KL 300, da im Untergrund zu sehen, sind heute mit der Post gekommen. Ich bin mal gespannt, ob alles drin ist. Der Karton ist relativ klein. Also ich bin mal gespannt, ob da die Frontschürze, die Seitenteile und die anderen Kleinteile noch reingepasst haben. Das Grundgerüst vom Verdeck ist ja schon wieder drauf gebaut. Das ist ja schon wieder gerichtet. Das ist einmal der Verdeck Rahmen. Das ist ein M210 von Fritzmeier. So sieht das Ganze hier aus. Ich hoffe, man erkennt da was. Das Verdeck ist irgendwann in die 60er, 70er Jahre auf dem Bulldog verbaut worden. Ursprünglich war der komplett ausgeliefert, ohne Überrollbügel, ohne Dach. Das hat mein Großvater nachgerüst. Jetzt ist er restauriert worden. Man sieht es ja, ein bisschen eingestabt ist er mittlerweile wieder. Und das Verdeck hat noch gefehlt. Jetzt war das Geld dann endlich gar da und jetzt kommt es drauf. Jetzt sehen wir uns gleich zum Unboxing wieder. So, da haben wir jetzt den Karton. Lieferschein. Schauen wir mal rein, was überhaupt alles in den Beglas an soll. Was ein Betrag. Frontscherzer, Seitenteil kurz mit einem Fenster, zweimal. Dichtfahne, Bügelschraube, Befestigungsblech für Dichtfahne. Also vom Rechnungsbeleg her müsste alles da sein. Dann schauen wir doch mal, ob es tatsächlich so ist. Aufschneiden, ohne die Planer durchzuschneiden. Uh, Papier. Immer ganz schlecht. Ja, da schaut es doch schon gut aus. Da hätten wir mal eine Seitenplane. Ne, das ist die Frontschürze. Ah, ein Teil der Frontschürze. Schön, das ist die Tür. Die kommt dann da her. Ist aber schön. Okay. Schön vorsichtig damit umgehen. Wir wollen ja länger was davon haben und das Zeug nicht wegschmeißen. Kostet ja schließlich Geld und ich soll jetzt wieder 55 Uhr halten. Theoretisch machbar. Wenn sie pfleglich gehandelt wird. So. Das sind meine Seitenteile. Ui, sind die lang. Ui, waren die alten auch so lang? Hm. Na, ich bin mal gespannt. Na, ich bin gespannt. Das ist die Seite hier. Ja, doch könnt ihr hinfahren. Die waren so groß. Ui, schön, wenn man durchgucken kann. So am feinsten. Meine Güte. Wunderschön. Wo legen wir es denn hin? Wir wollen ja nichts kaputt machen. Dann hätten wir da die zweite Seite planen. Ups. Die parken wir mal da. Ach, vom feinsten. Das müsste die Frontschürze auf der rechten Seite sein. Genau. Die geht dann vorne übers Dach, über die Haube drüber. Die Bänder da unten, die sagen mir zwar nichts. Die waren bei meiner alten nicht dran. Aber, na gut, vielleicht ist das bei der neuen so. Machen wir mal sehen. Also die Stammfelder und die eine Rüllplatte, da können übrigens nicht uns. Die blaue da aber schon. Das sind die Befestigungen unten, die Laschen. Zwei Bügelschrauben, die ich noch gebraucht habe. Befestigungsnieten. Die Haltebleche. Und da hätten wir eine Dichtfahne, die kommt dann unten an der Scheibe wieder rein. Sehr schön. Das schaut doch hervorragend aus. Vom feinsten. Ich bin begeistert. Und, was hast denn du schon wieder geklaut? Jo. Das war das Unboxing. Uhu. Nichts mehr da. Na ja, kann man ja mal anfangen. Die Tür. Ganz simples Patent. Wird bloß mit der Schraube hier gehalten. Die Plane steckt da bloß drauf. Hier hängt der ganze Türrahmen dran. Das war eine, ich denke, 8er Schraube. Die drehen wir mal eben raus. 8 oder 10. Können auch 10 sein. Das war 10. Gut. Klappt nicht immer. Aber immer öfter. Ne, 10 ist das auch nicht. Da musst du holen. Zu der Zeit, wie der Pulto gebaut worden ist. Ist nämlich alles mögliche an Schrauben verbaut worden. Aber nicht einheitlich. Da hat es die Zollschrauben gegeben. Da hat es metrische Schrauben gegeben. Was man halt gerade so gefunden hat. Und was einem gerade in den Sinn kam. Das war ein bisschen voreilig, das vorher drauf zu machen. Aber es geht. Mehr schlecht als recht, aber es ist unten. So. Das ist im Übrigen mal ein ganzer Türgriff. Und der Schließmechanismus. Die Plane müsste jetzt laut Adam Riese eigentlich bloß eingehängt werden. Schaut ein bisschen anders aus als bei der alten. Das Ganze wird auf den Rohrbügel eigentlich bloß aufgeschoben. Das ist ein ganz simples Patent. Die Afflatteferdecke damals, die waren halt, ich sage mal der letzte Schrei, aber das hat funktioniert. Die waren dicht. Und keine mussten nass werden. Das funktioniert bis heute. Das Ganze sitzt dann so da dran. Muss natürlich dann alles noch verspannt werden mit den Bügelschrauben. So hängt es ein wenig, ja, lose runter. Die Aösen da, die gehören da noch rein. Das sind Bügelschrauben und auf der anderen Seite Laschen. Die dann durchgesteckt werden. Das muss alles noch verschraubt werden, innen auf dem Kotflügel. Da muss ich erst einmal anzeichnen, wo ich es dann brauche. Ja, der Verschluss kann dann im Prinzip schon wieder verbaut werden. Das ist ein wenig, das ist ein wenig, das ist ein wenig. Die Schrauben wieder durch. Die Mutter wieder auf der anderen Seite drauf. Bleibt auch. Fützt mich nicht in die Grube. Dann lässt mich gerade wieder den Deckel aufmachen. Ja, so Kleinigkeiten, die können dann noch mit Farbdose und Pinsel nachgearbeitet werden. Dann schaut das Ganze wieder schön aus. Jetzt probiere ich es doch einmal mit dem Neuner. Vielleicht geht der doch. Könnte auch sein, dass nur die Farbe schuld ist, dass das nicht geht. Ich dachte eigentlich, das war Katzoll. Ich kann mich aber auch täuschen. Die rutscht schon irgendwie drauf. Das sind nur die ersten Seiten. So. So. Im Übrigen, diese Planen da, die kommen vom Treckerplanen-Service vom Herrn Strang. Der ist im Internet zu finden. Die fertigen die Plane nach Originalmustern aus diesem, ja, ich weiß gar nicht wie das Zeug heißt, Auto, Körperstoff oder so ähnlich. Fertigen die das Original wieder an. So wie es halt früher war. Und liefern das Ganze dann aus. Ja, ich habe mir das beim Herrn Strang bestellt. Und ich muss sagen, ich bin begeistert. Die Qualität ist tipptopp. Richtig schön. Kommt dem Original sehr, sehr nahe. Also da gibt es gar nichts. So. So können wir ein wenig leicht ererben und machen uns keine Kratzer in den frischen Lack. Frisch ist auch schon wieder relativ, aber wenn man es vermeiden kann, dann macht man natürlich keine Kratzer. Da sieht man es übrigens nochmal schön. Planen-Service. Ja, wie gesagt, Treckerplanen-Service. Im Internet sind sie zu finden. Ist eine 1A-Qualität. Bislang, ich meine, das muss ich natürlich noch bewähren. Ob der danach so lang hält wie der Originalstoff, wird sich zeigen. Günstig ist es zwar nicht, aber ich sage mal deutlich günstiger wie bei manch anderem Anbieter im Internet. Und das ist halt nicht diese herkömmliche LKW-Plane, die halt sehr oft verwendet wird. Ich meine, die ist auch nicht schlecht. Die ist vielleicht sogar noch ein Ticken stabiler wie das. Aber die hat halt so einen richtigen Glanz drin. Und das gehört sich halt auch nicht. Auf so einen alten Schlepper gehört dann auch die altmodische Plane drauf. Dann wird natürlich jetzt alles eingestappt. Das ist auch nicht so. Der Kramer wurde seit einem Äpfel groben gestanden. Äpfel ist übrigens fränkisch, wer es nicht kennt, das sind Kartoffeln. Deswegen ist der jetzt so eingestappt. Blasen wir noch einfach ein wenig ab, dann passt das auch wieder. Alles recht stramm, na gut, das ist natürlich jetzt auch saukalt. Wo sind die Kurven? Da geht das Bond runter. Da muss dann erst das andere Rauf erniedert werden. Da liegen Nieden und alles dabei. Das ist natürlich jetzt eine Bastelaufgabe. Ohne Fleiß kein Preis. Das ganze einstellen, das Dach in der Höhe regulieren. Das alles wieder an seinem Platz ist. Da sind die Häken dran. Da werden später die Häken herangenietet und hängen da drauf. Und halten die Plane dann auf Spannung. Ja, da muss ich halt jetzt mal ein Stückchenweise sehen, wie das gehört. Ich habe den Bulldog eben, das muss ich selber mal überlegen. Ich habe ihn da zerlegt im März. Irgendwann um den 15. März habe ich das fertig runter gemacht. Seitdem war es nicht mehr drauf. Also es wird schon irgendwie funktionieren. Ich werde schon wieder irgendwie draufbringen. Ich stecke jetzt erstmal die Plane alle Lose an. Und dann sehe ich schon, ob ich richtig liege oder nicht. Normalerweise, wenn es jetzt alles richtig schließt, setze ich natürlich voraus. Dann hat man hier vorne fast keinen Spalt mehr. Dann ist es richtig schön zu. Ja, wie gesagt, es muss dann alles noch schön verspannt werden. Schön unten gebrocht werden. Dann schaut es auch wieder richtig schön aus. Vorne war sie bloß eingehängt. Sädele. Die Laschen da oben drüber. Wo war die so lang? Können wir gar nicht loben. So, die kurze besteht. Das ist echt. Hm, wird ja richtig kuschelig. Also wir können theoretisch hergehen. Und können ganz schnell aus dem Schlepper ein Cabrio machen. So, wir machen die friemeliger. Aber wer macht das schon? Ja gut, die Applan sind normalerweise für runde Kotflügel gedacht. Der Kramer hat aber Dach Kotflügel. Da passen die nicht hundertprozentig. Das muss man sich halt dann selber anpassen. So sind die Planen damals schon ausgeliefert worden. Also so universal fertig. Wo der Landwirt selber noch ein bisschen basteln muss. Als Fertigteil gab es das Ding eigentlich nie. Dass es hundertprozentig gepasst hat. Beim einen Schlepper besser, beim anderen schlechter. Ich denke so rum war das. Ich dachte zweimal es war außen. Aber naja gut. Ich plane andersrum. Schau doch schon wieder nach was aus. Das Dach ist schon wirklich das Wichtigste was ich vermisst habe an dem Schlepper. Ohne Dach das ist kein Spaß. Da macht das Fahren wirklich keinen richtigen Spaß nicht. So sieht das aus. Die Dachplane kann dann erst danach richtig verspannt werden. Dazu mussten erst einmal die Seiten rein. Ja also ich denke im Groben und Ganzen kann man schon erkennen wie es dann wieder wird. So das Dach ist jetzt in der Höhe verstellt. Das heißt jetzt soll er jetzt eigentlich auf der endgültigen Höhe sitzen. Das schaut ganz gut aus. Wenn ich es jetzt hier spanne. Dann steht es auch endlich schön gerade. Einmal nachspannen. Dann zeichne ich mir den Punkt quasi mit dem Körner an wo ich bohren will. Ein Kinkwanzel ist ja auch. Vom Bauchgefühl her hätte ich jetzt gesagt genau an der Stelle. Dass wir ihn etwa gleich sitzen wie hinten. Einmal angekörnert. Dass uns der Bohrer da nicht abhaut. Und da sind wir auch schon durch. Das Ganze war ja ursprünglich schon mal gebohrt. Da waren ja schon mal Schrauben drin. Ich baue ja das Verdecken nicht zum ersten Mal auf den Bulldog. Das war ja schon mal drauf. Nur das ist mittlerweile so lange her. Und durch das dass wir den neu gemacht haben. Da sind die ganzen alten Bohrungen verschwunden. Teilweise zugespochtelt, teilweise zugespaß. Die muss ich jetzt natürlich wieder suchen bzw. neu bohren. So sieht es doch gut aus. Und das war doch was. So ein kleines bisschen gebastelt später. Die Seitenplanen sind jetzt soweit drauf. Hat also doch gepasst wie ich es gehabt habe. Die Frontplane hängt jetzt nochmal grob drinnen. Jetzt habe ich aber festgestellt, die hat mehr Ösen wie meine alte. Und ist von der Bauform ein bisschen anders. Die ist nicht genauso wie damals meine war. Jetzt muss ich ja mal gucken, wie ich das dann hinkriege. Ich habe so viele Bügelschrauben eigentlich gar nicht bestellt. Jetzt muss ich vielleicht dann nochmal eine Nachbestellung machen. Das ist natürlich scheiße. Das klappt dann das Jahr nicht mehr. Aber eventuell kriege ich es mit drei Ösen auch befestigt. So war es ja ursprünglich haben wir bei mir gemacht. Ja, das Ganze sieht jetzt einfach so aus. Ich muss auch mal gucken, ob es eine Aufbauanleitung oder sowas gibt. Dass ich sehe, wie das Ganze jetzt dann verspannt gehört. Die neuen Planen sind einfach ein bisschen anders, wie sie früher waren. Ich weiß auch noch nicht, wie das alles gehört. Die Dichtfahne habe ich auch mal grob rein gemacht. Die muss ich dann noch rein nieten. Eine Niete habe ich gesehen, ist nicht drinnen. Da muss ich eine rein nieten. Da muss ich auch mal gucken. Wird auf alle Fälle noch ein bisschen gebastelt. Gar nicht so einfach wie eigentlich gedacht. Und so wie es ausschaut, fehlt vermutlich eine Spannstange vorne drin. Da muss ich gucken, ob ich die alte Form mein Bild auch verwenden kann oder ob ich eine neue brauche. So weit erst einmal. Bestand der Dinge. Ja, also es ist jetzt 0.30 Uhr. Zumindest haben sie das gerade in den Nachrichten gesagt. Die Uhr da hinten zeigt eine andere Zeit an. Das liegt dran, die ist irgendwie stehen geblieben oder spinnt oder keine Ahnung. Wir haben ja schon fünfmal eingestellt, die für die Eigenleben. Auf alle Fälle, es ist jetzt 0.30 Grad durch. Ich mache für heute Feierabend. So sieht das ganze Projekt im Moment aus. Ich habe die Seitenschürze vorne links, also die Tür, mittlerweile mit Schrauben befestigt. Mit diesen Bügelschrauben. Die ist soweit drinnen. Es fehlt noch hüben. Die rechte Seite, die ist noch ziemlich zerknautscht. Die meins ist halt, wie gesagt, eine Flatterplane. Muss man dazu sagen. Die muss jetzt dann noch angeschraubt werden. Das mache ich aber heute nicht mehr. Weil meine beiden Hundchen hier, der Leo im Hintergrund, der ist schon müde. Und mein kleiner Reili hier, der quietscht auch schon die ganze Zeit. Der sucht sich jetzt hier unten vorne alte Putzlappen zusammen. Sammelt hier auf einen Haufen und legt sich drauf. Also ich glaube, der ist auch endgültig müde. Herr Reili. Ja, gell. Von daher mache ich heute Schluss. So sieht auf alle Fälle das Projekt im Moment aus. Die Seitenplanen sind jetzt dran. Die Dachplanen müssen noch verschraubt werden. Dazu muss aber erst die Frontscheibe rein. Die Frontscheibe muss ich aber erst einmal gucken, muss ich die ganzen Befestigungsklammern von der Dichtfahne unten hin haben. Und die Scheibenkeger, der muss erst vorhin noch einmal gründlich gereinigt werden, bevor ich das Ganze einbaue. Und wenn die drin ist, dann kann das Dach endlich festgemacht werden. Dann kann auch mein Scheibenüter wieder rein. Das Kabel wird mittlerweile auch verlegt. Ja, wie gesagt, da ist auf der rechten Seite oben. Muss ich jetzt noch ein bisschen die Plane anbringen. Das sind noch drei Kugelschrauben zu machen. Das mache ich aber heute nicht mehr. Das ist ja recht gepubelt, weil da muss man ein bisschen so ums Eck bohren mit Langenschrauben. Ja, auf alle Fälle so sieht es aus. So ganz so dicht wie früher ist es nicht mehr. Ich denke, es liegt aber auch daran, diese Planen schrumpfen über die Zeit. Die alten Planen waren richtig fest verspannt auf dem Bulldog. Die haben wir bald nicht mehr runtergerichtet. Die Planen sind jetzt alle sehr weit, sehr lang. So hoch wie da vorne die Frontschürze oben steht, das hatte ich nie bei der alten Planen. Also die waren minimal nach oben, da waren auch das ganze Dach schon wesentlich tiefer unten. Und ich denke aber, sonst wäre es schon gar nicht schlecht. Dann ist es einfach, wenn wir höher nach oben machen, wenn wir mehr Freiheit nach oben zum Aufsteigen. Ja, das Ganze sieht auf alle Fälle schon mal nicht schlecht aus. Hundertprozentig dicht wird es nicht. Ich meine jetzt keine Vollkabine, aber es schützt vor Regen und einigermaßen vor Wind. Und das ist das Wichtige. Es ist doch ein gewaltiger Unterschied, als wenn man komplett offen fährt. Also in dem Sinne, ich wünsche euch was. Ich melde mich wieder. Ciao! Wichtiger! Wichtiger! Vielen Dank.